Richtig muckelig hier, oder? Ich komme ja vom Bodensee, da fahre ich oft auf der Autobahn. Und irgendwie liebe ich es, aus dieser Stadt rauszufahren, auf der Autobahn, im Winter oder so, wenn es total kalt ist. Und neben mir sind einfach nur diese riesigen Flächen von Schnee, vielleicht auch einfach Matsch, ist egal. Ich liebe das, wenn man da einfach so lang brettert und weiß, man kann diese riesige Stadt mal hinter sich lassen. Also das Spiel, das ist für mich so eine, weil ich finde, sehr viel läuft über die Gedanken, über Genauigkeit, über Bilder im Kopf. Und ich finde, das Spiel an sich ist sozusagen wie ein eigener Film, der so im Kopf abgeht. Und ich finde, das ist eben so ein kleiner Rausch, wie wenn man als Kind eine Geschichte vorgelesen bekommen hat von den Eltern, ein Märchen oder so. Das habe ich geliebt über alles. Und hatte total konkrete, genaue Bilder und ich wusste genau, wie jetzt der böse Wolf aussieht. Ich wusste, wie die sieben Geißlein aussehen und wie diese Hütte aussieht, in der die unterwegs sind und sich verstecken und so. Das sind so Bilder und ich finde, wenn die abstumpfen im Laufe der Jahre, je älter man wird, desto mehr stumpfen die ab, glaube ich, dagegen anzugehen. Mit Bildern, mit Fantasie, ich glaube, das ist mit, das ist, das reizt mich tatsächlich. ...nicht einsetzen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass ich Ihnen helfen werde. Die Therapie mit Röndenstrahlen, die Röndentherapie, hat sich als erfolgreich erwiesen bei der Krankheit der äußeren Haut, wie Eczemen, Schuppenflechten, Karzinon, sowie Paragien, Tollwut, Alkoholismus. Meine Hände, die bringe mich um. Probleme körperlicher wie seelischer Natur. Frauen leiden. Ich bin wunderschön, Charlotte. In den meisten Fällen konnte Heilung, in allen Fällen aber, Schmerzfreiheit erreicht werden. Schädliche Nebenwirkungen bestrahlen konnten bislang nicht. Die Dame wird in den letzten Schnitt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017